...waschen. Was? Ah! Oh, ich füge... Aua. Aua, das tut weh. Au. Ähm. Ach ja. Ich bin wieder echt gut. In your... In your Gesicht. Geht. Die, äh... Kümmert sich mal um sämtliche Pfeile hier. Ich bin immer so um sämtliche Pfeile, ey. Och, komm, willst du mich verarsch? Tut mir leid, dass ich gerade so lache. Das ist einfach nur... Viel zu. Ah, ich finde das gerade geil. Jetzt. Hör mal, Haufen hier. Haufen, Zeiger, zu. Aua. Boah. Dankeschön. Äh. Ich fand das jetzt gerade zu geil. Ey. Ich hab immer nie so oft eine Falle auszulösen gehört. Mal abgesehen davon, dass das drei waren, aber... Das fand ich jetzt cool. So, wir gucken uns dann mal die Truhe hier an. Da ist auch ein Stahlfeil drin, aber die ist... Naja. Ein Urne. Was haben wir eigentlich an Pfeilen mittlerweile? Waffen. Nordbogen und Nordpfeile. Zehn Schaden. Was machen die Eisenpfeile? Acht Schaden. Dann nehmen wir das doch. Haben wir mittlerweile auch genug Pfeile von. Orkisho und so weiter machen noch mehr Schaden, aber die haben wir ja leider noch nicht. Und... Ich will gerade mal kurz ein bisschen heilen. Oh ja. Oh ja. Das tut gut. Das tut so gut. Oh ja. Sehr schön. Wiederherstellung auch direkt mal auf 8 verbessert. Das ist auch natürlich wichtig. Warte mal, das Schild war hier, ne? Ja. Sehr gut. Da höre ich doch wieder einen. Das war einfach, aber geplant. Das war geplant einfach. Ich will jetzt aber erstmal wissen, was hier ist. Ähm... Moment. Scheiße. Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. Siehst du? Du bist so doof. Komm durch. Jo, okay. Wie wär's denn mal... Damit. Aua. Vielen Dank. Offensichtlich hat sich Mira Ark alle Mühe gegeben, so unerreichbar wie möglich zu sein. Er hat auch die Tür am Arsch gemacht. Er hat die Tür geschrottet, der Idiot. Man, aber sollten wir die Klaue benutzen müssen. Das wäre ultimativ gewesen, aber... Nun gut. Ich hoffe, ich hier nun gut sage. Alter Gott. So kann ich es natürlich auch machen. Aber ich glaube nicht, dass das die letzte Falle war. Zum Glück hatten wir unseren Wirbelwind-Sprint. Oh, shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Böse an diesem Ort muss ausgemerzt werden. In der Tat. Das muss es. Wir tätigen mal den Hebel hier. Und die ist auch irgendwie halb tot. Aber was soll's. Okay. Kerke. Falscher Spruch. Da wollte ich hin. Ähm, speichern. Das ist ein bester Zeitpunkt. Oh, scheiße. Ein cool verpistender Adept. Das gefällt mir nicht. Komm. Ich hoffe, ich kann den irgendwie gleich hin. Au. Komm. Aua. Das tut weh. Kräftige Heilung. Okay. Geh endlich drauf, du. Weichei. So. Wo ist der Rest? Wo ist? Und. In your face. Schön. Das hat geklappt. Das mitnehmen. Das mitnehmen. Das mitnehmen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der hat da noch irgendwas. Oh. Hm. Ne. Die kümmert sich gerade um den. Ein Zwergendolch. Hm. Feueratronach. Ich beschwöre. Ui. Gefällt mir. Gefällt mir. Apropos. Wir haben noch jede Menge Bücher. Die wir uns mal. So. Zombie erwecken. Echter Schutz. Feueratronach. Ich beschwöre. Okay. Magie. Alle. Aha. Beschworenschwert. Feueratronach. Stufe Lehrling. Kosten 141. So viel Mann habe ich gar nicht. Wäre ich natürlich gut. 13 pro Sekunde. Leichter Schutz. 31 pro Sekunde. Boah. Das sind alles teure Dinger. Zombie erwecken. Den finde ich wiederum sehr geil. Oh. Na gut. Ja. Tu du das mal. Den Horschein erhöht. So. Ähm. Ich muss zugeben. Ich möchte mal. Den probieren. Habe ich. Magie Tränke da? Ähm. So. Ja. Jetzt aber. Und. Zack. No. Na gut. Versuche war es wert. Wir gehen wieder auf die 1. Gut. Schwert und Schild. Tempel von mir. Das Allerheiligste. Da gehen wir jetzt rein. Und dann treten wir den Penner in den Arsch. Und zwar dafür, dass der mir seine scheiß... Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Ja. Das ist schön. Ich weiß nicht, welches Wissen mir ihre Akta zugebracht hat, sich gegen seine Meister zu wenden. Doch sein Weg scheint grausam gewesen zu sein. So. Das ist gut mit Leichten gepflastert hier. Ich frage mich, ob wir je erfahren werden, dass das vor so lange Zeit nicht gelöst ist. Wo kommen wir denn hier? Wo ist das doch das hier? Schluss damit. Was ist das? Schluss damit. Das war's dann wohl. Ja, die haben natürlich ein bisschen... Halt. Ich hasse diese Fallen hier. Wo die natürlich genau reinläuft. So. Hast du dich gefangen? Aha. Geht doch. Interessant. Es könnte sich lohnen, sich hier umzusehen. Hm? Mädel, du bist fast tot. Ich werde das mal mit heilen. Mit mehr heilen. Oh. Meins, 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 meins. Zauberspruch, Seelenfalle. Ich dachte mir, dass wir hier unten etwas finden würden. Kennt ihr diese Zauber schon? Hm, ich glaube noch nicht. Aber bald. Ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Da haben wir noch irgendwas. Das nehmen wir auch mit. Ein Gift der Lähmung. Können wir eigentlich... Die Gifte... Können wir fallen lassen. Warte mal. Wundertrunk der Gesundheit. Aha. Gift der Lähmung. Das Ziel ist für fünf. Möchtest du folgendes vergiften? Elfenschwert. Ja. Uh, cool. Ich habe jetzt ein vergiftetes Elfenschwert. Mit einem Gift der Lähmung. Das. Oh, shit. Das gefällt mir nicht. Aber gut. Sei es drum. Wir wollen weiter und... Oh, Mann. Sieht das hier richtig aus. Guck mal. Ein kritischer Schlag. Hm. Die Waffe noch vergiftet ist? Lass mich mal gucken. Äh, Waffen. Elfenschwert. Das wird gar nicht richtig angezeigt, ne? Hm. Gucken wir nochmal Objekte. Zaubertränke. Äh, haben wir noch ein paar andere Gifte. Ein Gift. Verursacht 25 Giftschaden. Elf. Jo. Schwaches Gift. Scheiße, das hat ja voll gemacht. Hör auf, dich zu heilen, du blöder Fenner. Der stirbt. Keine mehr bei, du dumme Sau. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich gerade selbst gar nicht mehr gehört. Glowdust. Seelenfalle. So. Sag mal her. Was hast du dabei? Ein bisschen Gold. Hammer auf Heile. Hm. Gut. Gut, gut, gut. Ich heile mich nochmal. Hm, heil. Ne, nacht sich nicht. Heilung. Ach, habe ich auf 4. Schön. Dann will ich meine unerbittliche Macht wieder haben. Hm, nein. Schwert und Schild. Gut. Wie viel tiefer kann es noch hinabgeben? Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe gehört, dass Miraaks Macht groß ist, aber so einen großen Tempel errichten zu lassen. Den hat er nicht errichten lassen. Jetzt kann es nicht mehr bald sein. Das schuldigt. Ein neues Wort der Macht. Zeige es mir. Wort der Macht gelernt. Stärke. Drachenform. Und da wir immer noch eine Drachenseele da haben. Seele benutzen. Stärke. Du kannst einmal pro Tag eine Drachenform mit kolossalen Schlägen oder... Uuuuh. Das müssen wir gerade mal, ähm, machen. Habe ich den? Hm. Bin ich jetzt doof? Habe ich das gemacht? Auch geschimmert. Unerbittliche Macht. Hallo? Magie? Schreie? Drachenform. Müsste also auch... Drachenform. Boah, nice. Boah. Lass mich mal aufstehen. Danke ich schon. Aber... Ich stehe schnell auf. Danke schön. Äh. 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 So. Und... Einmal bitte... Kräftige Heilung. Danke schön. Das Böse an diesem Ort muss ausgemärzt werden. Schlüssel erforderlich. Irgendeiner von denen muss einen Schlüssel gehabt haben. Der nicht. Bestimmt der hier. Schlüssel. Und... Ein. Mmh. Mmh.